des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nuvena zu unserer lieben Frau von Loh, zweiter Tag. Maria, die Mutter der Gotteskinder, Mutter der Menschen, lehre mich, dein Kind zu sein. Du weißt und verstehst alles. Du wirst mich bei all meinem Handeln verständig leiten und durch deinen Lichtglanz der Gnade behüten. Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel finde. Amen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Ehre sei dem Vater, dem ergegrüßet, seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Ganzen. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 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 Vielen Dank.